Willkommen zu «Feusy Federal», das ist der wöchentliche Talk, heute ausnahmsweise nicht aus dem Bundeshaus, es ist eine ganz spezielle Sendung. Mein Gast ist Olivier Kessler, er ist Direktor des Liberalen Instituts und er hat ein ganz interessantes Buch herausgegeben, zusammen mit Peter Rauch in diesem Jahr, Wissenschaft und Politik. Ich kann es auch nur zur Lektüre empfehlen, es ist beim Liberalen Institut erhältlich und ich spreche mit ihm über Wissenschaft und Politik, weil ich glaube, in diesem ablaufenden Jahr gibt es wenig umspannende Themen wie das, das so eine Rolle gespielt hat, schon seit zwei, drei Jahren, seit der Pandemie, aber eigentlich, wenn man es dann gelesen hat, das Buch, das du herausgegeben hast, merkt man, das ist ja schon länger ein Trend. Also irgendwo durch gibt es den Wunsch in der Politik, ich habe es auch wieder frisch gemerkt, als ich hier im Bundeshaus unterwegs bin, die Sehnsucht, man könne alle Probleme mit Wissenschaft und Technokratie lösen und das ist, irgendwo durch hat man es wie, das ist so ein Stogma und in der Pandemie haben wir es einfach besonders stark gemerkt, du auch. Willkommen übrigens. Ja, danke für die Einladung. Ich habe einen Rotwein aus Sizilien. Ich finde, wenn wir solche tieferen Themen, jetzt probieren wir einmal einen roten miteinander, und probieren. Gehen wir ein wenig weiter in den Süden runter. Das passt zu philosophischen Fragen oder zu, ich würde einfach sagen, auch sehr praktischen Fragen. Zum Wohl. Danke, Olivier, bitte. Ja, also vielen Dank für die Einführung. Also ich habe das natürlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch besonders gemerkt, anhand von diesen Pandemie-Vorschriften, wenn man versucht hat, die Wissenschaft einzuspannen oder das möglichst wissenschaftlich zu präsentieren, was man da macht. Aber es ist eben immer die Frage, was ist denn die Wissenschaft überhaupt? Kann das wirklich, kann die Wissenschaft uns zu der Wahrheit hinzuführen, ohne dass man nachher noch irgendetwas hinterfragen müsste? Oder ist Wissenschaft eher ein Prozess an die Wahrheit her, wo man aber immer auf dem Weg sich befindet? Taskforce. Taskforce war Wissenschaft bei Corona. Das ist verrückt, oder man hat jeden Dienstag eine Medienkonferenz gemacht und ich, also ich meine, ich bin immer ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich das Gefühl habe, Journalismus muss skeptisch sein. Aber, man hat die meisten von meinen Kollegen, wenn am Dienstag Taskforce gesagt hat, es braucht einen Lockdown, also einen Lockdown haben wir ja nie gehabt, aber einen Shutdown, also ein runterfahren von einzelnen Gewerben und so oder irgendwelche Massnahmen, einschränkungen, Masken und so, ja, dann ist der Bundesrat fast nicht anders, das ist so verrückt gewesen. Ja, das ist so. Ich glaube, es kommt auch von der Sehnsucht her, dass man einfach irgendein Organ möchte haben, wo man einfach blind vertrauen kann, wo es eine Art Wahrheitsministerium ist, wo es sagt, das ist richtig und so muss man es machen und dann muss man nichts mehr hinterfragen und man muss nicht mehr die anstrengende Arbeit erledigen, mal den eigenen Verstand einzuschalten und zu überlegen, macht das überhaupt Sinn, was man da macht? Das gibt es auch bei der Politik schon länger. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Klimapolitik ist auch so, es ist fast noch, nein, es ist bei Corona ähnlich, dass man gewisse Leute auch gar nicht mehr zugelassen hat, oder? Es kippt dann. Dann in der Sozialpolitik, oder? Das finde ich wahnsinnig. Die Vorstellung, also da spielt dann ganz stark die Ökonomie als Wissenschaft, bei Klima ist es mehr Naturwissenschaft, bei Corona mehr so eine Medizin, Epidemiologie. Es sind verschiedene Wissenschaften, die anfällig sind auf das. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal versteht und schaut, was ist Wissenschaft überhaupt? Also es gibt verschiedene Aspekte der Wissenschaft und das kann man auch unterteilen, das machen wir auch in unserem Buch. Das macht Andreas Tittke seinen Beitrag, von meiner Sicht hervorragend. Und er sagt, am Anfang kann man sie mal unterteilen in erfahrungsunabhängige Wissenschaften, also Logik, Mathematik, Praxeologie. Also eine Sache, die man nicht testen muss, in der Empirie, also man könnte sagen, es ist richtig oder falsch. 1 plus 1 ist 2, das muss man nicht irgendwie draussen testen. Und das andere sind die erfahrungsabhängigen Wissenschaften. Und auch das kann man wieder unterteilen in zum Beispiel die Hard Science, also Naturwissenschaften, Physik, Biologie, Chemie zum Beispiel, wo man versucht, Zusammenhänge herauszufinden. Wenn man das macht, führt das zu das, was passiert, wenn man die Teile miteinander mischt, dann kommt die Reaktion und so weiter. Und das kann man beliebig oft wiederholen in einem Labor zum Beispiel und kann sagen, da kann man ziemlich gesichertes Wissen erreichen. Aber was wir jetzt in der Pandemie und auch in Fragen des Klimas immer wieder kennen, ist nicht die Naturwissenschaften, nicht die Hard Science, sondern die Soft Science, also Geisteswissenschaften, Ökonomie zählt da auch gewissermassen dazu. Oder auch die Klimawissenschaften oder Virologie und die alten Sachen, wo man eben nicht in einem geschlossenen Experiment feststellen kann, dass das ein Phänomen zwingend zu beenden muss führen. Also, ich rede jetzt sehr lange, aber vielleicht wolltest du... Nein! Aber ich glaube, gerade in der Klimafrag, es ist ein komplexes Phänomen, das da ausser stattfindet, oder? Man kann sagen, okay, der Mensch hat alle Phasen Einfluss auf die Entwicklung des Klimas, aber man kann nicht feststellen, dass das hauptsächlich und klar der Mensch ist, der das verursacht. Warum nicht? Weil es einfach kein isolierbares Experiment gibt, das man einfach beliebig wiederholen kann, das man isolieren kann und sagen, schau jetzt mal, der Mensch produziert CO2 und das macht mit dem Klima das. Weil es gibt ja so viele Einflüsse auf das Klima, wie eben Sonnenaktivitäten, Bewölkung und so weiter. Verdunstung, ja. Genau. Also, es ist ja in der Regel sehr viel komplizierter und ich habe das Gefühl, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gerade bei diesen Themen, bei denen man es angesprochen hat, machen sie sich auch ein bisschen einfacher. Also, bei Corona, beim Klima auch. Sie sagen dann, sie müssen das machen für die Politik, oder? Findest du auch? Ja, die Politik fordert natürlich klare Antworten. Es ist ja nicht, wenn man sagt, ja, das können sie oder auch das, dann haben wir ja eigentlich so eine Beratung, die nicht wert ist in dem Sinne. Also klar, es ist schon etwas wert aus Sicht von einem wahrheitssuchenden Bürger, aber aus Sicht der Politik möchten wir natürlich einfach klare Antworten auf das wissenschaftliche Gremium und sagen, das, ich mache das und dann bin ich unangreifbar, weil ja die Wissenschaft mir das empfohlen hat. Ja. Es ist nicht ein bisschen, also du hast jetzt das Wort Wahrheit gebraucht und das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil die letztlich ist ja Wissenschaft natürlich, sie schafft Wissen, sie schafft ein Stück weit auch Wahrheit, aber es ist eben keine definitive Wahrheit und das hat man in Bern und in anderen Hauptstädten, Parlamenten, Verwaltungen sieht man das nicht, oder? Ja, jein, also ich glaube, die Wissenschaft schafft schon Wahrheiten, eben gerade mit diesen Erfahrungsunabhängigen oder mit den klaren Hard Science kann man schon relativ gesichert zu wissen feststellen. Okay. Aber was die Politik macht, sie holt oftmals Experten, die dann einfach Experten sind, die irgendwie subjektive Elemente inbringen, die sagen zum Beispiel, der Mensch ist Hauptverantwortlich, ganz klar, die Wissenschaft hat gesagt, der Mensch ist verantwortlich, darum müssen wir dem Menschen Steuern auferlegen, darum müssen wir Glühbirnen verbieten, darum müssen wir irgendwie Dieselautos verbieten und so weiter, weil der Mensch ist der, der das macht. Und wir sagen das, wir Wissenschaft, aber das ist eben nicht Hard Science, das sind subjektive Elemente, die einfach einen eigenen Experten interpretiert und das kann man nicht als Wissenschaft bezeichnen im eigentlichen Sinn, sondern es ist einfach eine Expertenmeinung, wo man aber auch eine andere Expertenmeinung entgegenstehen kann. In meinem Alltag merke ich oft, und ich mache das auch oft, wir werden mit Studien bombardiert. Und dann lese ich in der Regel die Zusammenfassung und das zweite, was ich lese, ist der Methodenteil. Und wenn ein bisschen, ein bisschen, also du musst nicht Erkenntnistheoretiker sein, aber wenn du einfach kritisch bist, du findest ja in jeder Studie den Haken. Bei einer Befragung ist es sehr oft die Formulierung der Frage, die Anzahl von Leuten, die man gefragt hat, wie man diese Leute ausgesucht hat. Dann bei ökonomischen Studien ist es sehr oft irgendwelche Vorannahmen, die man trifft. und dass man Nebeneffekte aus der Acht lässt. Also Beispiel Mindestlöhne, oder? Mindestlöhne sind toll für die, die eine Stelle haben. Für die, die keine haben und unterqualifiziert haben, ist es ein riesiger Scheiss, weil sie keine Stelle finden. Wir haben immer wieder so Mindestlohn-Debatten. Bei der, ehrlich gesagt, bei der Klimawissenschaft, dort sind sie in der Regel das Modell, habe ich das Gefühl. Also die Modelle, die man da zu Grund legt, wo man nicht testen kann, ob sie so sind, weil man sie nicht isolieren kann, hast du richtig gesagt. Und wo dann irgendetwas sagen sollen in 50 oder 100 Jahren und irgendwie, wenn man an diesem Modell irgendwo ein bisschen schweibelt, kommt es hinten ganz anders raus. Aber jetzt könnte man ja sagen, also Wissenschaft hilft uns gar nicht, Probleme zu lösen. Ist das Buch wissenschaftsfindlich? Nein, gar nicht. Also es möchte eigentlich aufzeigen, was der wahre Wert der Wissenschaft könnte sein, wenn man sie korrekt versucht anzuwenden. Und zwar verstanden als eine skeptische Methode kann man anwenden. Also man versucht natürlich immer das auch zu hinterfragen, was man sieht, mit möglichst wissenschaftlichen Methoden. Aber man muss auch die Demut an den Tag legen, um zu sagen, das ist jetzt nicht abschliessend das finale Ergebnis, sondern man muss das zum Testen frei geben. Aber was man heutzutage oft macht, man formuliert Dogmen, sagt, das ist die Wissenschaft. Und alle, die dann das versuchen zu hinterfragen oder eben zu testen und sagen, stimmt das wirklich? Ah, du bist ein Wissenschaftsleugner, du bist eine Verschwörungstheoretiker. Und das geht nicht. Das ist unwissenschaftlich hoch, wie viel auch immer, also hoch unendlich. Weil wenn man einfach anfängt Thesen zu isolieren und sie nicht mehr im Diskurs, der die Frage gibt, dass die Leute das auch überprüfen und testen können, ob das wirklich so ist, dann ist es nicht Wissenschaft, sondern dann ist es Ideologie, dann sind es Dogmen, dann sind es Glaubenssätze. Also, oder auch Daten. Es gibt ja die berühmte Befragung vom Institut für Medien oder so, Soziologie, für die Uni Zürich, wo du bewertest, wie Artikel in den Medien, ob die Pro oder Kontra irgendeine Vorlage sind. Und die legen nie offen. Also, du kannst dann nicht schauen. Ich würde gerne schauen, wie haben meine Sachen bewertet. Aber das findest du nie nicht. Das darfst du nur nachschauen, wenn du dich bei ihnen anmelden. Oder bei diesen Modellen, Klimamodellen ist es auch oft so, dass diese Modelle nicht offen verlegt sind. Oder auch bei ökonomischen Modellen, irgendwelche Voraussagen über das Wirtschaftswachstum in 27 Jahren. Oder? Es ist einfach Bullshit. Also, Wissenschaft muss transparent sein, finde ich. Und das Zweite, was ich auch finde, das bringen wir natürlich, weil es ein grundsätzliches Buch ist, die Frage der Falsifizierung oder der grosse Karl Popper, wo es dann irgendwie 100 Jahre her ist, eine offene Gesellschaft ist auch eine, wo sich bewusst ist, wissenschaftliche These muss man immer wieder versuchen, zu widerlegen. Und je öfter man damit scheitert, desto wissenschaftlicher ist es. Warum es so kompliziert? Warum nicht einfach? Man könnte ja sagen, ja. Ja, ich glaube, es handelt eben auch damit zusammen, dass die, die die Thesen oder die Dogmen formulieren, Angst haben davor, dass sie widerlegt werden. Weil anhand von diesen Dogmen, die sie versuchen zu formulieren und allen als wissenschaftlich abschliessend beweisen, unterjubeln, wenn das widerlegt wird, dann wird auch die ganze Politik widerlegt, hat sie keine Grundlage mehr, aber ohne die Grundlage, also dann kämen viele Politiker auch ein Problem über, weil sie eigentlich dann die Aggressoren wären oder sich als Aggressoren offenbaren, wenn es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, dass der Mensch hauptverantwortlich ist, das Klima irgendwie zu verändern und dadurch angeblich andere Menschen schädigen. Denn wenn dieser Beweis fehlt, haben wir ja in unserem Rechtsstaatsprinzip in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Dann kann man nicht einfach den drakonischen Strafen aufsetzen, wie bei Steuern oder irgendwelchen Strafen, wenn sie gewisse CO2-Ausstöße machen, wo man gar nicht bewiesen kann, ob das wirklich hauptverantwortlich ist. Also, dann wäre die ganze Politik, würde krachen, die sich selber zusammenkriegen. Also, du beschreibst ja im Buch auch, letztlich tut man aus der Wissenschaft einen Sachzwang ableiten, oder? Und das erlebe ich in Bern eigentlich die ganze Zeit, in der Corona-Krise, oder? Man hat dann gesagt, es muss so sein, oder? Und zwar die absurdesten Sachen. Du erinnerst dich sicher, wir durften ja in der Schneebar etwas bestellen, aber wir durften nicht absitzen. Oder wegen der Wissenschaft. Ja, genau. Ich meine, das ist ... Ich weiß nicht, wie du es aussiehst. Ich habe das Gefühl, mindestens in der Schweiz, hat die Krise und die Pandemie auch gezeigt, wie absurd gewisse Sachen sind. Also, ich bleibe halt optimist. Bist du auch optimist? Ja, absolut. Auf die lange Frist bin ich optimist. Ich glaube, kurzfristig wird es noch schlimmer. Aber ich glaube, langfristig kann man schon davon ausgehen, wenn die Leute wieder ihren Verstand einschalten. Weil der Geist von der Aufklärung ist aus der Flasche draussen und es ist schwierig, den wieder ganz innen zu drücken, oder? Aber ich glaube, das Thema, das du angesprochen hast, ist ein sehr wichtiges, oder? Die Wissenschaft hat gesagt, wir müssen es einfach. Das ist ein Beitrag, den Michael Esfeld super behandelt in diesem Buch, wo er auch aufzeigt und sagt, was kann die Wissenschaft überhaupt liefern? Und er sagt, die Wissenschaft kann nur aufzeigen, was ist, im besten Fall. Aber die Wissenschaft kann nicht der Politik sagen, was sie zu tun hat. Weil das sind normative Fragen. Und sie kann ja nicht uns sagen, was wir machen müssen. Also, die Wissenschaft kann allenfalls feststellen, dass zum Beispiel einen CO2-Ausstoss, zum Beispiel zum Klima-Beispiel zu benutzen, dass ein CO2-Ausstoss zu einer Erhöhung einer Temperatur für den geschlossenen Raum, zum Beispiel, das kann sie vielleicht feststellen. Was sie aber nicht feststellen ist, oder was sie kann sagen, ist, ihr müsst darum jetzt Steuern erlassen, um das zu verhindern? Weil, was sagt das schon aus über unsere Präferenzen? Vielleicht haben es die einigen gerne wärmer als die Kälte, oder? Jetzt, gerade wenn wir eine Energiekrise haben im Winter, haben vielleicht die einigen, dann sagen, oh, zum Glück haben wir einen milden Winter und nicht einen kalten Winter. Also wäre es doch gut, vielleicht wieder Klima ... Wir brauchen ja weniger Gas. Ja, eben. Also es ist völlig unklar, was wir jetzt mit diesen Fakten machen müssen. Das heisst nicht, die Klimaerwärmung ist a priori schlecht. Vielleicht ist das ja etwas Gutes. Wie soll ich sagen, das fällt mir auch auf bei dieser Debatte. Es gibt hoch angesehene Klimawissenschaftler und die stellen das Phänomen fest. Im besten Fall. Und ich finde es immer komisch, dass man dann die auch fragt, wie die Lösung ist. Weil die Lösung, wenn das wirklich so ist und wir unser Verhalten ändern müssen, dann ist es nicht der Naturwissenschaftler oder der Klimawissenschaftler, der Bescheid weiss darüber, wie wir zwei unser Verhalten ändern, sondern dann ist es zum Beispiel die Verhaltensökonomie, vielleicht auch die Psychologie, vielleicht auch die Medienwissenschaft oder so. Aber dann ist es nicht der Herr Knutti von der ETH oder der Klimawissenschaftler, der weiss, was man machen muss. Und so kommt er mir in Interviews manchmal auch vor. Er behauptet dann zwar schon, man muss halt Steuern erheben, man muss halt Sachen verbieten und so. Aber das zählt alles ein bisschen hilflos. Ja genau, am Schluss sind das ethische Fragen, die jeder Einzelne von uns entscheiden muss. Also wir müssen ja wissen, was wir, oder wir müssen vielleicht verhandeln mit anderen gesellschaftlich in einem offenen Diskurs, wie wir jetzt mit dem umgehen wollen. Im besten Fall in einer ganz liberalen Lösung entscheidet es jeder für sich selber und handelt die Verträge mit anderen aus, wie man das Problem könnte angehen. Geht zum Beispiel freiwillige Massnahmen ein, um das CO2, den Ausstoss zu senken und so weiter. Also das sind Sachen, die dann jeder Einzelne für sich beantworten muss, in einer freien, offenen Gesellschaft. Aber wenn einfach die Wissenschaftler sagen, ihr müsst, weil ich jetzt das sage, dann ist das eigentlich nichts anderes. Und dann für das noch der Staat einspannt mit seinem Gewaltmonopol, wo anderen den Willen von Einzelgruppen unter Androhung und Anwendung von Gewalt aufzwingen, ist das aus meiner Sicht unethisch. Wer oder was ist Wissenschaft? Gute Frage. Wer ist Wissenschaft? Ich würde sagen, das sind alle, die versuchen, den Wahrheit einen Schritt näher zu kommen, die versuchen, skeptisch an eine Sache anzugehen und von verschiedenen Blickwinkeln zu hinterfragen und zu sagen, wie könnte das sein. Aber das muss immer mit einer gewissen Demut passieren, mit einer, sagen wir mal, sokratischen Einsicht, dass man sich auch irren kann. Und nicht mit dem platonischen, mit dem Anmassen von Wissen von Platon, der einfach sagt, wir, Philosophenkönig oder wir, mehr bessere Experten, wissen ganz genau, wie es ist und wir sagen den anderen jetzt, was sie zu tun haben, weil wir wissen es ja irgendwie besser, wir haben höhere Einsicht und so. Aber das glaube ich nicht. Am Schluss ist es dann immer, also wir Medien haben ja gerne so die Platoniker, sage ich jetzt, oder? Die, die uns knackig sagen, so ist es und das müssen wir machen. Das spielen mir natürlich auch eine Rolle. Aber jetzt beim Nebelspalten nicht unbedingt. Wir reden irgendwie mit allen, probieren wir. Aber sind denn das, jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Uni reden. Ich meine, du warst auch an einer Uni, hast du auch studiert. Wie hast du das erlebt an der Uni, die Frage der Wissenschaftlichkeit? Hat man denn über das, was wir jetzt diskutieren? Ich meine, das müsste ja eigentlich im ersten Semester fast jedes Mal sich durchdenken. Wo bin ich da und was produziere ich da? Also ich habe den HSG studiert und ich habe mir sagen lassen, immer noch einer der besten Orte in der Schweiz, was das anbelangt. Ein bisschen Plagiat im Moment. Genau. Also es war auch dort nicht alles einwandfrei. Also ich würde sagen, ich habe mein Wissen über den Liberalismus und eben die Frage, die man da drin behandelt, habe ich nicht an der Uni abgehandelt bekommen. Und ich habe das alles selber mir angeeignet, mit Sachen, die man an der Uni nie gehört. Und es ist lustig, es gibt diverse Themen, wo ich auch an der Uni dann, wo ich auf das Thema Liberalismus und so gestossen bin, angesprochen habe in der Vorlesung und gemerkt habe, dass Professoren zum Teil keine Ahnung haben. Also ein Beispiel war, wo wir über Finanzmarktökonomie geredet haben und über Geldsysteme. Und ich dann eingebracht habe eine These, wo der Professor gesagt hat, es ist völlig klar, dass wir eine Zentralbank brauchen, wo die Geldmengen steuern und so weiter. Wieso brauchen wir denn eine Zentralbank? Also es gibt auch Theorien, die sagen, das braucht es nicht. Es gibt keine Theorie, die sagen, es braucht keine Zentralbank. Dann habe ich gesagt, was ist mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie? Die sagen doch, es geht ja auch ohne Hayek Entnationalisierung des Geldes und so weiter. Sehr lange hat es das auch nicht gegeben, historisch. In der meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hat es keine Zentralbank gegeben. Genau, aber das haben die völlig vergessen oder ausgeblendet. Und dann, was ist passiert? Und dann hatten wir eine riesige Diskussion mit allen Studenten, die gesagt haben, wer würde denn das Geld zusammensetzen? Es braucht doch eine Zentralbank. Nein, das könnte man ja auch im Wettbewerb geben. Mit verschiedenen Banken zum Beispiel. Und was ist, wenn eine Bank kaputt geht? Dann wäre das Geld weg. Dann wäre es noch schlimmer. Und so hat es eine gute Diskussion gegeben, wo man einfach merkt, es fehlt an gewissem Wissen. Ich weiss nicht, wieso es verschwunden ist an den Unis. Aber es ist bedenklich. Also die Universität eben als Ort. Du beschreibst jetzt ein positives Erlebnis. Die Universität als Ort vom Diskurs, wo man Sachen infrage stellt, sogar die Professoren infrage stellt. Ich weiss nicht, hast du das Bologna-System schon erlebt? Ja. Weil ich meine, ehrlich, ich nicht, oder? Aber ich höre auch von Professoren und von Studenten, dass natürlich, wenn das immer mehr so eine Schule ist, dass das nicht besser wird, sondern eher schlechter. Weil du gar keine Zeit mehr hast für so etwas, und du musst ja Punkte sammeln, oder? Ja, das ist so. Also ich habe auch eigentlich die Unizeit als sehr stressig empfunden. Man ist ständig das am Abarbeiten und am Lesen, die Schinkenweise von St. Gallen Management Modell bis irgendwie, ich weiss noch was, Volkswirtschaftslehre und alle möglichen Jusbücher. Also habe ich in meinem Studiengang, man kommt wirklich fast zu nichts anderem. Also das habe ich wirklich so in den Semesterferien sehr genossen, mal etwas anderes in die Hände nehmen und die Zeit aufzukommen zu bringen, um mich mit der österreichischen Schule zum Beispiel etwas weiter zu beschäftigen und so weiter. Aber das ist schon, also Punkt sammeln ist doch sehr wichtig bei der heutigen Unizeit. Was würdest du sagen in der Gesellschaft? Auch wenn du jetzt auf das Jahr 20, 22, was ist der grösste Find von dieser Vorstellung von Wissenschaft, wie du sie hast? Und was ist der grösste Freund vielleicht? Ich glaube, der grösste Find ist, dass viele Menschen ihren Verstand nicht mehr einschalten. Also sie glauben der Wissenschaft. Das ist fast eine Quasi-Religion, die da neu errichtet wurde. Seit dem Nietzsche, der sagt, Gott ist tot. Jetzt ist einfach nicht mehr ein allwissender, allmächtiger Gott, der uns sagt, wie wir das Leben haben, sondern die Wissenschaft weiss jetzt auf einmal alles und gibt uns vor, was wir zu tun haben. Und ich glaube, viele hinterfragen das gar nicht, weil sie denken, das ist ja jetzt vernünftig. Das ist die Vernunft, oder? Wir haben die Religion ersetzt durch die Wissenschaft. Genau. Aber was eben die Wissenschaft ist, und dass man das schleichend ersetzt durch Dogmen und Glaubenssätze, die im Namen der Wissenschaft kommen, dann bist du wieder in der Religion. Dann bist du wieder in der Religion. Das ist ja absurd. Wir wollten eigentlich das überfinden und haben das Gefühl, wir gehen ins nächste Menschheitskapitel und sagen, okay, jetzt tun wir nicht mehr einfach Dogmen glauben, jetzt tun wir die Sache genau anschauen. Und 200, 250 Jahre später sind wir wieder so weit, dass wir gar nicht genau anschauen, sondern es gibt eben am Dienstag Nachmittag eine Pressekonferenz von der Task Force. Und das ist dann PENG! So muss es sein. Ja, genau. Ich habe ja vorhin im Vorspräch schon gesagt, dass der ursprüngliche Titel, den ich für dieses Buch vorgeschlagen habe, die Glauben der Wissenschaft ausrufen zu zeigen. Also ein bisschen als Ironie von dieser ganzen Sache. Dass man einfach das anfängt, hinterfragen. Nur weil es die Wissenschaft angeblich etwas herausgefunden hat. Man muss immer darauf denken, dass es vielfach Interessensgruppen, die dahinterstehen, sei es private Forschung oder wenn der Staat etwas fördert zum Forschen. Bei beiden muss man einfach kritisch bleiben und den Verstand eingeschaltet lassen. Es gibt so viele Tricks, bei denen man Forschung manipulieren kann. Man macht verschiedene Studien, und die, die dann nicht herauskommen im Sinne des Geldgebers, werden dann schön auf die Seite getan. Verschiedene Modelle. Genau. Auf individueller Ebene bin ich voll bei dir. Der Grösste finde ich, wenn die Leute nicht mehr selber denken. Auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, gibt es nochmals ein Phänomen, welches auch in diesem Jahr virulent wurde. Cancel Culture in aller Munde. Weil das ist am Schluss... Also wenn dann einer nur anfängt, selber zu denken und hinterfragen, und das vielleicht laut sagt, dann wird er gleich fertig gemacht. Ja, absolut. Und da haben die Medien natürlich eine grosse Rolle. Ich sage jetzt mal, vor allem die Massenmedien, die da den Ton angeben. Die Corona-Pandemie war eines der besten Beispiele, wo man während einem Jahr fast gar keine kritische Stimme gehört hat. Also da muss ich schon sagen, da haben die Medien, insbesondere die Medien, hätten da die Rolle, um diese Task Force und angeblichen Alleswisser mal hinterfragen. Aber davon braucht es eben gewissen Mut. Man wird ja auch innerhalb der Medien zum Teil verfolgt, also jetzt nicht verfolgt, aber so ausgeschlossen, oder gekündigt und so weiter, oder mit Shitstorms eingedeckt in den sozialen Medien, oder sogar vor den sozialen Medien selber als irgendwelche, man verbreitet da falsche Informationen, Warnhinweise und Sachen. Genau. Also Warnhinweise von Facebook, Twitter, oder bei YouTube, kommst du nicht in Algorithmus hin und so weiter. Das ist schon extrem. Das ist schon extrem. Aber wenn man da auch dahinter schaut, was werden die angeblichen Wahrheiten dann definiert und für alle verbindlich durchsetzen. Das sind auch wieder Interessensgruppen, die gezahlt werden von denen, die von der Pandemie auch profitieren finanziell. Also das muss man schon anschauen, woher kommt denn jetzt die angebliche Wahrheit, die da wieder durchgesetzt werden. Jetzt gibt es Leute, die sagen, dass gerade die Pandemie und die Abhängigkeit von diesen Tech-Konzernen zeigen, dass wir sowieso abhängige, unsouveräne Subjekte und ja, irgendwie im Sinne von den freien Willen haben wir eh nicht mehr. Wirst du die Kritik für sagen? Das stimmt doch nicht. Also natürlich kann man jetzt das hinterfragen und sagen, ja gut, wo genau, also wie frei kann man jetzt effektiv entscheiden. Ja. Aber natürlich entscheiden wir immer unter Vorbedingungen, wo Natur ausgeben hat, wo unsere Erfahrungen ausgeben haben und so weiter, wo unsere Umstände ausgeben. Ja. Aber wir sind trotzdem, wir entscheiden uns frei und unterschiedlich, in unterschiedlichen Situationen und das zeigt auch einfach, dass wir einen freien Willen ja haben. Und man hat auch jederzeit die Freiheit, um das Smartphone, das einem angeblich mit Algorithmen sagt, was man jetzt denkt, kann man ja jederzeit auf die Seite legen. Also man kann bewusst abschalten und sagen, Moment, jetzt möchte ich mal das selber überprüfen, wenn man nur will. Aber das ist dann eine Willensfrage. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die, die so argumentieren, das gibt dann schnell so einen kruden Antikapitalismus, also einfach die Konzerne und so. Es ist dann sehr nah, die Behauptung sofort, in der freien Marktwirtschaft hat man einfach den Staat ersetzt durch die grossen Konzerne, die uns manipulieren und abhängig machen. Das schmeckt schon danach. Ja, ja. Der Digitalkapitalismus, wenn man es dann immer wieder sagt. Genau. Was ist dieses Argument dagegen? Jetzt ausser von der individuellen Ebenevorgung, die vorhin gesagt wurde. Ja. Und man leitet ihn immer ab, davon muss man diese regulieren. Mhm. Gut, man muss natürlich auch sehen, dass die Grosskonzerne, die diese sozialen Medienplattformen zur Verfügung stellen, heutzutage gar nicht mehr unbedingt freie Unternehmen sind, sondern offenbar mit Geheimdiensten und Staaten zusammenarbeiten, um Leute ausspionieren usw. Also ganz so freies Unternehmertum ist da auch nicht mehr dahinter. Man könnte jetzt sagen, wir machen einfach keine Überwachung zum Beispiel. Ähm, aber, was natürlich ist, im Unterschied zum Staat, zur staatlichen Überwachung, ist, wir können jederzeit sagen, wir benutzen das nicht. Also, wir müssen nicht auf Facebook sein und dort unsere Innenwände präsentieren und einen Platz in einem Foto machen oder was auch immer zeigen, was wir essen usw. Das ist eine freie Entscheidung von uns selber und insofern jedem von uns selber überlassen. Das ist nicht das Vergleich mit einer staatlichen Überwachung, jetzt zum Beispiel, wo wir keine Wahl mehr haben, um diese irgendwie umzugehen, sondern wo wir einfach opfen. Der grösste Freund von dieser Art Wissenschaft, wie du sie forderst, finde ich, ist freie Meinungsüsterie. Mhm. Free Speech. Und das ist ja auch unter, also eben, das ist Cancel Culture, der Wind und Free Speech, glaube ich, und ich glaube, da kommen noch Jahre auf uns zu, wo wir richtig müssen kämpfen dafür, für die Free Speech. Absolut, ja. Ich sehe, wenn wir die letzten drei Jahre daran schauen, das ist ja unglaublich, wie die, die einfach eine andere Meinung hatten, in Bezug auf die Massnahmen, wie die abgeputzt worden sind und mit Schlötterling nachgehört worden ist und einfach, man versucht, die finanziell kaputt zu machen, in der Öffentlichkeit vom Ruf zu schädigen und sie als irgendetwas zu framen, wo sie vielleicht gar nicht waren. Und das ist schon, das ist schon ein Angriff auf Meinungsäusserungsfreiheit, den wir bewusst auch verteidigen müssen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei einem liberalen Institut immer mal wieder, wenn wir Person X oder Y bringen, die bei uns publiziert, dann gibt es zum Teil auch Angriffe von Leuten, die nur eine leichte Abweichung in meinen haben, sagen, den müsst ihr wegnehmen, das müsst ihr euch distanzieren von so einem und so. Und dann was machst du? Und ich sage konsequent, egal von welcher Seite, dass es kommt, sage ich, Entschuldigung, wir sind eine Meinungsplattform, die man auch den Austausch fördern möchte. Plattformen von liberalem Gedankengut, weil es ja verschiedenste Ausrichtungen gibt davon, wo eben auch der Diskurs möglich sein soll. Es geht doch nicht, dass wir uns selber anfangen zu canceln. Also da stehe ich konsequent an und sage, sorry, nein, aber der hat auch das Recht, hier etwas zu sagen. Also es muss schon gewisse Bedingungen erfüllen, sagen wir, von der Wissenschaftlichkeit, es muss, eben, die These muss begründet werden, vernünftig und so, aber wenn dann das Resultat von einer Untersuchung oder von einem Artikel oder einem Beitrag halt einem nicht passt, ja, dann ist es halt so. Genau. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, der, der ist sicher flach und das ist so. Genau. Dann würde ich sagen, ja gut, aber wo ist die Argumentation, Also das muss irgendwie begründet sein. Nicht, dass der Fall ist. Es ist nicht so, Free Speech heisst nicht, alles, alles muss, muss in die Welt rausgerüft. Ja gut. Man kann, man kann, aber man muss mit der Konsequenzen leben. Man muss mit der Konsequenzen, Wenn man sagt, er ist flach oder so. Ja, man muss sich dann auch mit der gesellschaftlichen Ächtung halt auseinandersetzen. Wenn man irgendein Seich behauptet, Holocaust lügen oder was auch immer, dann muss man, also ich finde, man sollte das machen, ist jetzt ein heikles Thema, aber man sollte das machen, aber man muss dann für das geradstehen und mit der Konsequenzen leben, wenn man sagen, Blödsinn in die Welt ausverbreitet. Also das finde ich auch, ich meine, das ist alle damals, wo wir abgestimmt haben, was 1992 oder so war es, glaube ich, weiss ich noch genau, auch. Es ist uns doch bewusst gewesen, dass das eine Einschränkung ist von der Meinungsäusserungsfreiheit. Wir haben einfach gesagt, in diesem speziellen Fall würden wir jetzt darüber abstimmen, wenn es eine Mehrheit ist, ist es. Aber jetzt gibt es ja immer mehr so Einschränkungen, also wir haben das für Homosexualität jetzt ins Strafgesetzbuch geschrieben, und ich habe gestern gelesen, in Norwegen gibt es das auch für Transgender und jetzt ist eine lesbische Frau, die gesagt hat, dass biologische Männer nicht lesbisch sein können, der droht drei Jahre Gefängnis. Das ist brutal. Es ist jenseits, oder? Das hat ja Bruno Frei auch in unserer Freiheitsvier, der ja auch anwesend war und ausgezeichnet wurde, hat er auch gesagt, dass die Liberalen eigentlich schon am längsten für Vielfalt einstehen und das eigentlich schon immer ermöglicht zu haben, dass man alles sagen kann. Und dass man eben nicht andere bestrafen aufgrund von Äusserungen mit dem Strafgesetzbuch, sondern dass es eben über soziale Ächtung gehen soll, wenn wirklich ein Blödsinn ausgelassen wird. Im Buch geht es dann auch im Abschnitt darum, wie Technokratie das Menschenrechte aushebeln. Und das finde ich sehr ein grundsätzlicher Gedanke. Weil lustig weiss, die, die an Wissenschaft und an Technokratie glauben, sind die gleichen, die sonst immer sagen, Menschenrechte sind universell, Menschenrechte... Oder? Und dann plötzlich sind sie nirgends mehr. Ja, das habe ich in meiner Einführung auch. Der Traugschluss, den diese Technokraten haben. Sie meinen, dass sie fortschrittlich seien und die Menschheit in die richtige Richtung lenken, die es allen besser geht. Und wer zweifelt ist eben. Genau. Der ist ein Ewig-Gesteregen-Wissenschaftsfeind usw. Aber eigentlich sind sie nicht besser, als die eingefleischten Konservativen, die z.B. Technologien verbieten wollen, weil sie auf das wollen, was es schon immer war. Also quasi die Vergangenheit ins Gesetz schreiben. Und Technokraten wollen in Zukunft eine bestimmte Vision oder in Zukunft ins Gesetz schreiben. Aber eigentlich der ideale Überbau von dem Ganzen ist eigentlich denselben. Man will den Leuten vorschreiben, was es sein soll. Anstatt auf der anderen Seite von dem, sagen wir mal, etatistischen, wo man alles genau im Detail vorschreiben will, wie es sein soll. Es sind immer die Liberalen, die sagen, wir wissen nicht, was das Beste ist für alle. Lassen wir den Markt entscheiden, die Leute entscheiden, die frei wirtschaften, in Konkurrenz sind. Und dann schauen wir, was sich entwickelt. Und wir wissen nicht, was am Schluss rauskommt, aber es wird sicher besser sein, als wenn irgendein Planwirtschaftler oder ein Diktator einen Oligarch bestimmt und uns sagt, so müssen wir es machen. Denn der hat seine eigenen Interessen und der wird bestimmt schauen, dass es ihm dann am Schluss gut geht. Ja, und er ist, auch wenn er noch so viele Experten um sich schaut, ist das immer, also das ist natürlich ein toller Satz von Herrn Hayek, der sagt, es ist einfach zu wenig Wissen um. Oder, wenn jeder für sich selber entscheidet, ist viel mehr Wissen, viel mehr auch unterschiedliche Lebenserfahrungen, Lebenssituationen, die eine Rolle spielen. Und dann wird etwas Besseres herauskommen. Am Schluss ist es, ich reduziere es gerne, auch in Bern, wenn ich mit jemandem mehr darauf vertraue, doch einfach den Leuten. und ich glaube, ja, also das ist natürlich für einen Politiker schwierig, oder? Warum ist das denn so schwierig? Ja, ich habe wirklich das Gefühl, weil er ja in seiner Mission, oder in seiner, in dem Moment, wo er gewählt wird und vereidigt wird, ist er auf einer Mission und diese Mission ist letztlich seine eigene und es ist nicht unbedingt die vom Nichtmachen und den Leuten vertrauen. Das ist der, wie soll ich sagen, der inhärente Widerspruch zwischen einer offen, freiheitlichen Gesellschaft und einem Gewaltmonopol und von denen, die es verwaltet. Das hat der Laotze schon vor langer Zeit gesagt, als Rat, als Gesetzgeber oder auch als Politiker, dass sie nichts machen sollen, weil wenn sie nichts machen, wird nichts ungeschehen bleiben, weil die Leute selber das dann entsprechend ihrer Kompetenz und ihrem Wissen organisieren und umsetzen. Und das sieht man ja auch, das ist ja der Föderalismus in der Schweiz auch so gut und darum, haupte ich mal, wegen dem politischen Wettbewerb im Inneren, geht es der Schweiz auch hauptsächlich noch so gut, weil es gibt den Leuten immer die Möglichkeit, mit den Füssen abstimmen, wenn es in einer Gebietskörperschaft Politiker übertrieben mit ihren Gesetzen und Regulierung und Besteuerung, dann haben die Leute die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in eine andere Gebietskörperschaft rüber, die übertrieben zu setzen und das diszipliniert die Politiker ja eben auch. Die können nachher nicht völlig übertreiben und überschiessen und wenn der Wettbewerb spielt, dann halten wir die Politiker so ein wenig im Schach. Aber wenn natürlich alles zentralisiert wird, alles vereinheitlicht und harmonisiert wird, womöglich noch mit der EU oder sogar global mit einer Weltregierung, viel Spass dann. Also das ist halt für mich der grosse Unterschied jetzt sagen wir zwischen den Etatisten und den Liberalen. Uns ist bewusst, die Macht ist das Problem und darum muss die Macht möglichst klein sein und sie muss, wenn sie dann klein ist, muss man sie auch noch teilen in verschiedene Ebenen, in verschiedene Gewalten und so weiter, dann wird sie noch kleiner. Und bei den Etatisten geht es ja höchstens darum, dass die Macht möglichst gut legitimiert ist oder irgendwie. aber begrenzen sie nie. Und dann, wer kommt, es kommt die Individuen unter die Reden, oder? Das ist so. Also am Schluss geht es um Aufklärung oder Anti-Aufklärung, oder? Wir sind eigentlich, und da bin ich einfach auch, da fehlt mir manchmal, wir sind die, die die Aufklärung vorantreiben, sie sind die, die sie im Namen von der Wissenschaft zum Beispiel, im Namen von der Technokratie, im Namen vom Guten. Ja, letztlich ist es ein Erfolg aufklärer. Ja, und der Weg in die Hölle ist immer mit guten Absichten gepflastert. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass die Leute etwas Böses wollen, die das andere wollen, also die meisten zumindest nicht. Ja, aber wenn sie realisieren, was Nebeneffekte sind von ihrem Handeln, von ihrem Vorschreiben und wie, vor allem wie unethisch das auch ist. Also das, mich denke ich, die ethische Komponente wird vielfach vernachlässigt, gerade von Politik, einfach gedankenlos irgendwelche Gesetze und Regulierungen in die Welt raussetzen, wo sie ja mit dem jemandem etwas vorschreiben, wie er das Leben hat. Und das sind ja immer, das wird ja immer eingeflüstert von irgendwelchen Interessengruppen, die das Interesse in der Saison reguliert wird oder die Übersteuerung in den Topf rein geht, wo sie nachher wieder ausnehmen können ihre Zwecke. Und dass man mit dem einfach eine Zwei-Klasse- Gesellschaft schafft oder eine Mehr-Klasse- Gesellschaft, wie eben das abgesplittert ist. Aber das heisst dann wieder, Politiker schafft mit seinem Handeln Privilegien für die einen Problem für eine grosse Mehrheit. Und wenn man das zu viel macht, wenn man zu viel beginnt zu intervenieren und zu Privilegien schafft, irgendwann funktioniert auch die ganze Zivilisation nicht mehr. Und dann haben wir den grossen Rückschritt. Ich glaube, das ist wirklich ein Verdienst von diesem Buch, dass es aufzeigt, wie Wissenschaft instrumentalisiert werden kann. Es ist kein wissenschaftskritisches Buch, muss ich wirklich sagen, sondern es ist einfach, wie soll ich sagen, es zeigt, was man machen mit Wissenschaft und wie gefährlich Wissenschaft kann sein, für die Menschenrechte von jedem und jedem von uns, für die Freiheit von jedem von uns. Und das ist auch eine Erkenntnis von diesem abgelaufenen Jahr, Olivier Kessler. Danke, dass du da war und danke für das Buch. Danke für die Einladung. Und ein gutes 23 auf mehr Vertrauen in die Menschen und was sie für sich selber als gut erachten. Das wünsche ich dir auch und den Politikern natürlich auch. Das wünsche ich auch. Zumal. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt hier unten auf den Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, den Link weiterverbreiten, den Kanal abonnieren, auf das Glöckli kann man noch drücken, also ganz viele Sachen müssen ihr machen, bevor ihr irgendwie weiterklickt von YouTube oder von unserer Website. Und dann werdet ihr nie verpassen, wenn wieder eine Folge kommt. Die kommt aber erst im neuen Jahr. Wir müssen ein bisschen Pause machen. Auch, weil über Weihnachten nicht so viel läuft. Das ist gar nicht so schlimm, wenn nicht so viel läuft. Dann passiert auch nichts Schlimmes, nichts Unliberals, nichts Technokratisches, nichts Bevormundens. Ich wünsche allen ein gutes Neues. Alles Gute!